Herzlich willkommen im Namen der Fütz-Gruppe hier im Autohaus Holzberg. Mein Name ist Robert Welke und ich nehme Sie heute mit zur Präsentation des neuen Volkswagen Taigo. Ein City SUV Coupé, was es in der Form vorher noch nicht gegeben hat. Eines der Highlights des neuen Volkswagen Taigo sind natürlich seine LED-Scheinwerfer. Hier verbaut die IQ-Light Matrix-Scheinwerfer mit diesem tollen durchgehenden Lichtband auch die Nebelscheinwerfer in LED und den LED-Tagfahrlicht. Das gibt ihm Ausdruck und das verleiht ihm ein tolles Gesicht. Charakterstärke bis ins Detail und das zeigt sich auch in Bezug auf die Individualisierung. Insgesamt stehen Ihnen zehn verschiedene Felgendesigns zur Verfügung, acht verschiedene Außenlackierungen und fünf verschiedene Dekore. Das Motorenspektrum reicht vom Sparsahnen 95 PS Benziner und geht hinauf bis zum rasanten 150 PS Motor, den in Kombination mit unserem bekannten 7-Gang DSG. Insgesamt gibt es für den neuen Taigo vier Ausstattungslinien. Beginnend bei der Basis dem Taigo, gefolgt vom Live, dem eleganten Style und zu guter Letzt, wie wir ihn hier haben, die Airline-Version. Ist das ein gelungenes Heck? Meiner Meinung nach definitiv. Eine schöne, breite, durchgehende Lichtleiste in Kombination mit dem Heckdiffusor setzen das Fahrzeug richtig satt auf die Straße und verleihen ihm zusätzlich Ausdrucksstärke. Neben der sportlichen Front und dem markanten Heck ist es vor allem die seitliche Silhouette des neuen Taigo, die sein Design so charakteristisch machen. Nachdem wir nun wissen, dass der Taigo im Stand schon eine richtig gute Figur macht, nehmen wir sie jetzt mit auf eine virtuelle Probefahrt. Für die, die keinen Trends folgen, sondern ihre eigenen schaffen. Für die, mit dem Antrieb anders zu sein und dem Willen es der Welt zu zeigen. Für die, die immer nach Besonderem suchen, nicht nur um besonders auszusehen. Aber auch nur das wäre okay. Das hier ist für euch. Character Every Day. Das Fahrzeug sieht richtig gut aus und erfährt sich toll. Aber ist er auch alltagstauglich? Das gucken wir uns an. 438 Liter Kofferraumvolumen. Das bedeutet genau fünf Getränkekästen, die hier ohne Probleme hineinpassen. Natürlich erhalten sie für den Taigo auch eine Anhängevorrichtung mit insgesamt 1200 Kilogramm Zugkraft, enorm und für den Transport beispielsweise ihrer Pedelecs eine Stützlast von 55 Kilogramm. Kommen wir nun zum Fahrzeuginnenraum. Hier fallen mir zuallererst einmal die sehr hochwertigen Materialien auf. Darüber hinaus eine äußerst bequeme Sitzposition, auch für mich mit meinen fast zwei Metern. Selbstverständlich ist auch im Bereich Infotainment für alles gesorgt. Navigation, Digitalradio, AppConnect, alles ist dabei. Das Verbindungskabel zum Handy gehört der Vergangenheit an. Sowohl AppConnect als auch das Laden geht ohne Kabel. Das Fahrzeug beinhaltet fast alle denkbaren Fahrerassistenzsysteme. Das sind neben dem Spurhalteassistent, dem Abstandsradar und dem Müdigkeitsassistenten eine Menge an Features, die in Kombination mit dem Travel Assist zusammenarbeiten. All das ergibt in Kombination ein sehr, sehr sicheres und komfortables Fahren. Selbstverständlich gibt es für den neuen Taigo auch eine Sprachsteuerung und die hört fast auf jedes Wort. Hallo Volkswagen! Wie kann ich helfen? Was mir besonders gut gefällt, ist das neue Multifunktionslenkrad, das wir auch aus dem Polo kennen. Ich habe echte Tasten mit einem haptischen Feedback und kann nahezu alles am Fahrzeug konfigurieren und einstellen. Unter anderem das volldigitale Display. Sie haben einen ersten Eindruck gewinnen können zu unserem neuen Volkswagen Taigo. Kommen Sie vorbei, lernen Sie das Fahrzeug live kennen. Wir laden Sie ein zu einer Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie! Ich nochmal, wir haben etwas vergessen. Der Taigo hat auf dem Beifahrersitz eine Isofix-Station. Ist das top?